Ich habe sehr viel Olympia geguckt, Leute. Ich habe sehr viel Olympia geguckt. Es hat mir richtig Spaß gemacht. Ich habe eigentlich immer im Hintergrund, wenn wir auf dem Hotelzimmer waren oder auf der Hotelanlage, lief es eigentlich auch die ganze Zeit. Irgendwie so als Grundrauschen die ganze Zeit so Olympia. Das fand ich irgendwie ganz nice, muss ich sagen. Das hat mir irgendwie Bock gemacht. Und habe das alles genüsslich verfolgt. Die Medien dazu, die Kontroversen. Die WM der Penisse, könnte man fast sagen. Die Olympia der Penisse. Für den einen hat der Schlong geholfen, bei dem anderen hat er geschadet. Also aus Comedy-Sicht war das sehr unterhaltsam. Viele neue Sportarten entdeckt, die ich cool fand. Viele saudumme Sportarten, wo ich mich einfach frage, nicht nur, wie unfassbar langweilig die zum Angucken sind, sondern auch, wer hat sich ... Wie ist man irgendwann auf die Idee gekommen? Also mir erscheint es logisch, dass man Fußball erfindet. Du siehst irgendwo auf der Straße Papier und trittst dagegen und siehst, es rollt weg und denkst, oh, das hat Spaß gemacht. Das kann ich nur nachvollziehen, dass Fußball irgendwie entstanden ist. Selbst Baseball. Irgendeiner hat einen Stock gehabt, der andere einen Stein, hat den geworfen, hat den mit dem Stock weggeschlagen. Huh, der fliegt, es macht Bock. Ist alles irgendwie verständlich. Aber Stabhochsprung. Ja, gut, vielleicht, wenn du auf der Flucht bist. Sportarten, wo ich nur gedacht hab, generell diese ganzen Pferdesportarten. Das Pferd arrogant ist. Das ist einfach ... Die Sportarten sind arrogante Pferde. Bahnrad. Welches ist diese Sportart, wo der mit dem Moped vorfährt? Oder einfach ... Wer ist der Typ auf dem Moped? Das sind die Supersportler. Alle sind ready, auf ihren Super-Rennrädern da im Kreis zu fahren. Und du bist der eine Typ, der auf der Vespa ... Auf der Vespa da im Kreis fährt. Das ist auch ein geiler Job. Der Vespa-Fahrer. So wie Caddy beim Golf. Sagt einer, der Caddy ist, dass er Golf spielt? Oder dass er Sport macht? Wenn du jemanden fragst, Ich bin bei Olympia, bei Golf. Echt, was machst du? Bist du Spieler oder was? Nee, Caddy. Breakdance, auch so eine Sache. Ich bin ja Hip-Hopper. Ja, Hip-Hop-Fan. Ich bin ja Hip-Hopper, sagt auch keiner, der Hip-Hop hört. Aber Breakdance als olympische Disziplin, wie muss man sich das vorstellen? Wie bewirbt man sich da? Ich kenne original keinen einzigen realen Breakdancer, der in einem Breakdance-Verein ist. Ist nicht Breakdance eigentlich genau das Gegenteil von einem Vereinssport? Und haben alle, die, weiß ich nicht, im Ghetto ihre Skills gelernt und gepflegt haben, haben die eine Einladung gekriegt, sind die rumgefahren durch die Bronx und haben gesagt, du, hast du Bock auf Olympia? Wie muss man sich das vorstellen? Ja, ja, es gibt vorab Turniere, aber, ja, keine Ahnung. Was ich cool fand, war Basketball 3x3. Also, ich sage einfach Streetball dazu, aber gut. Das fand ich natürlich geil. Ich habe Basketball natürlich geguckt. Das war natürlich sehr, sehr nice. Auch wenn es schade war für Deutschland. Tennis war geil. Also, es gab schon viel, auch viel geilen Scheiß. Irgendwie fechten, bin ich immer noch nicht so ganz, raffe ich immer noch nicht so ganz irgendwie. Beide rennen aufeinander zu und freuen sich dann. Und danach schimpft einer. Ja, Handball mag ich nicht. Handball kann ich mir nicht angucken. Auch wenn es spannend war, zugegeben und so, und ich dann auch den Deutschen die Daumen gedrückt habe. Aber trotzdem, Handball ist einfach für mich, kann ich mir nicht angucken. Genau wie Hockey. Hockey finde ich auch absolut schlimm zum Anschauen. Segeln finde ich auch so weird. Also, das fand ich so komisch, weil die fahren ja dann so, du hast ja diese Vogelperspektive und siehst beim Segeln dann da diese ganzen Segelschiffe da irgendwie verteilt. Und die haben ja dann unterschiedliche Taktiken. Ob der eine geht rechts rum, der andere links rum mit dem Wind, gegen dem Wind, keine Ahnung. Und ich denke mir nur so, hä, das wirkt so random. Dazu noch das unberechenbare Wetter. Ist es nicht komplett gewürfelt? Aber am Ende sind die fast alle wieder auf einer Linie irgendwie. Und du denkst dir nur so, hä, das ist wie Zauberei. Also, das ist schon irgendwie eine ganz komische Sportart. Das ist halt bei vielen Sportarten, das ist ja ähnlich wie auch immer beim E-Sport gewesen, da ist es halt nur richtig geil, wenn du auch verstehst, was die da machen und warum das, was die da machen, so spektakulär ist. Bei Basketball oder so ist es einfach bei Fußball. Bei Basketball weißt du ja, okay, kleiner Ball, kleiner Ring muss irgendwie da rein, ist wahrscheinlich relativ schwer, den da genau reinzuwerfen. Cool, wenn er das kann. Fußball genauso, bei so Ballsportarten. So, aber schon bei Fechten oder so, oder Judo oder Synchronspringen, oder auch Turmspringen, da kommen so viele Facetten dann damit rein, wo man vielleicht gar nicht so genau weiß, was da jetzt, also wenn ich Turmspringen sehe, denke ich, oh krass, die machen alle irgendwelche Salty und Schrauben und weiß nicht, sieht doch alles krass aus und dann kommt es irgendwie darauf an, wie viel Wasser hochspritzt oder so. Und das ist so ein bisschen wie League of Legends, kann ich mir auch angucken, ich raff nix und denke mir so, anhand der Publikumsreaktion muss es aber ja irgendwie krass gewesen sein, was da gerade passiert und ich glaube auch, dass das krass ist, also dass da mit dem richtigen Wissen, dass das beeindruckend ist, aber ich hab's halt nicht, ich hab's nie gespielt, ich kenn's nicht, ich weiß nicht, für mich sind einfach nur, für mich ist alles bunt und keine Ahnung, dann ist irgendwann, hat einer gewonnen. Und das ist halt so bei vielen Sportarten immer so manchmal, also mal klar weiß man, bei Speerweitwurf, oder bei Speerwurf weiß man, wer weitesten den Speer wirft gewinnt und ja, ich hab ehrlich gesagt auch, das war glaube ich die Olympia, die Sommer-Olympiade, sagt man noch Olympiade? Ähm, die ich am meisten verfolge. Ich hab vorher oder früher hab ich mich nicht so sehr für Olympia interessiert und ich kann mich auch nicht erinnern, dass ich das jemals so intensiv verfolgt habe. Weiß nicht, woran das liegt, vielleicht dieses Mal ein paar andere Sportarten dabei waren oder das Coverage generell anders war oder äh, keine Ahnung, ich weiß es ehrlich gesagt nicht, vielleicht wegen Snoop Dogg, aber auf jeden Fall, ähm, hat es schon Spaß gemacht, das war so eine schöne Sommer-Urlaubsbegleitung. Vielleicht, weil es in Europa war, ja. Gute Zeitzone, stimmt schon. Warum werfen die den Speer versus warum schießen die den Ball ins Tor? Ja, berechtigte Frage, aber, ich schieße den Ball ins Tor, aber die anderen wollen ihn ja auch. Also es ist halt ein Spiel. Die wollen mich davon abhalten, den Ball ins Tor zu schießen und ich will denen zeigen, dass ich den Ball trotzdem ins Tor schießen kann, obwohl sie mich davon abhalten wollen. Aber beim Speerwurf, der wirft ihn halt einfach nur. Ja, Wettbewerb, okay, aber das ist ja dann so random. Also ich weiß nicht, warum spucken die dann nicht? Oder, weiß ich nicht, werfen irgendwas anderes? Warum der Speer? Warum nicht Joypads? Und außerdem werfen die ja schon andere Sachen. Discos, Kugeln. Reicht es nicht, eine Sache zu werfen? Hammer. Es reicht doch eine Disziplin zu haben, wo wir sagen, wir werfen eine Sache. Eine Sache wird geworfen. Man kann über jede Sportart lästern, wenn man will. Es macht einfach Spaß. Es ist nicht immer, es ist nicht rational. Es ist sehr subjektiv. Ich frage mich auch immer, wie kommt man zu manchen Sportarten? Also klar, Fußballverein, Tischtennisverein und so gibt es wahrscheinlich in jedem Dorf oder in jeder größeren Stadt oder so kannst du irgendwie, kannst du irgendwie machen. Aber ich habe halt in meinem gesamten Leben noch nie einen getroffen, der Speerwerfen macht. Ich gehe heute zum Speerwurftraining. Da musst du doch reingeboren werden, irgendwie von Familienseite aus oder so. Irgendwie, ich raff das nicht so. Manche Sportarten sind so abgefahren, dass ich mir denke, wie bist du als Kind da hingekommen und hast du dann immer im Garten als Sechsjähriger schon einen Speer geworfen? Fing das an, dein erster Zahnstocher oder was? Wie muss man sich das vorstellen? Wann? Und dann haben die, die Eltern haben gesehen, ich sehe, wie der, wie der wirft. Das ist ein absolutes Talent in Sachen Speerwurf. Der wird mal ein richtig guter Speerwerfer. Wie bist du zu Basketball gekommen? Durch White Man Can't Jump, so wie jeder. Und Michael Jordan. Wer war der Michael Jordan im Speerwurf? Wo ist der geile Hollywood-Film mit Speerwerfern? Wo ist die, ähm, ähm, from, äh, wo ist die Erfolgs-Disney-Sport-Geschichte von Speerwerfern? Jack from Software. Die waren gehen wir mal schnell. Sag mir nicht, Jack, dass du Speerwerfer bist. Das glaube ich dir nicht. Ja, wir haben auch mal Speerwurf tatsächlich gemacht. Man macht ja, glaube ich, fast alle Leichtathletik-Disziplinen innerhalb der Schule, äh, durch, wie auch immer. Ich habe mal bei White Wurf, beim, das weiß ich noch, in der Schule, da waren wir auf dem Sportplatz und dann haben wir da so diese Hütchen hingestellt. Also die haben wir natürlich an so einem, ähm, Maßband ausgerichtet. Also da war fünf, alle fünf Meter, glaube ich, so ein Hütchen. Und dann sollten wir weit werfen. Und das gab dann Noten. Und ich habe das Hütchen, äh, von der 15-Meter-Marke weggeschossen. Also aus Versehen. Könnt ihr euch vorstellen, wie der Wurf ist, wenn du wirfst und sozusagen von oben nach unten 15 Meter weit auf das Hütchen wirfst. Also auf den Boden. Aber vor allen Dingen, wisst ihr, was mein großes Problem bei Olympia ist? Es gibt halt so viele komische Disziplinen, die es alle irgendwie schaffen. Aber wann werden neue Sportarten erfunden? Ich meine jetzt nicht Quidditch, weil das ist ja offensichtlich Quatsch. Aber es gibt doch so viele Sportarten, wo man einfach mal überlegen könnte, ob man da nicht nochmal einen Twist reinbringen kann oder was Neues machen kann oder so. Irgendwie, keine Ahnung. Wie kommt man in diesen Kreis der Auserwählten, dieser, dieser crazy Sportarten, wie kommt man da rein? Ja, hier zum Beispiel Tennisball wegschlagen mit dem Tennisschläger. Einfach nur so möglichst weit den Tennisball wegschlagen. Fände ich persönlich interessanter als Speerwerfen. Ja, olympisches Gehen. Das ist halt auch einfach, ich habe es bei alles Mögliche Fights gesehen. Ich bin da sehr bei Florentin. Das geht natürlich nicht klar. Also ich finde ein Mindestmaß an Selbstrespekt sollte bei jeder Sportart noch gegeben sein. Also wirklich olympisches Gehen ist für mich da hört der Spaß auch irgendwann auf. Da hat irgendwann einer, irgendeiner hat sich das als Scherz überlegt. Ohne Scheiß. Irgendeiner hat sich überlegt, wir machen das und wir gucken mal, wie weit wir damit kommen, im wahrsten Sinne des Wortes. Und keiner hat je irgendwann das hinterfragt. So wie manche Sachen sich einfach durchschleichen, auch im Beamtentum oder weiß ich nicht, irgendwelche Gesetzgebungen, die 150 Jahre alt sind und überhaupt nicht mehr relevant sind, weil die einfach irgendwann mal eingetragen wurden und keiner sich mehr damit auseinandergesetzt hat und das hinterfragt hat. Genauso olympisches Gehen. Das war 100 pro ein Joke, der sich verselbstständigt hat und jetzt haben wir den Salat und jetzt hat's und irgendwann, das ist wie Denkmalschutz. Irgendeiner baut ein hässliches Gebäude, ja, irgendeine Treppe oder irgendein Denkmal oder was weiß ich, irgendeine Scheiße, eine dumme Brücke, weil er keine Zeit hatte und vor 150 Jahren dachte ich, ja, kein Bock mehr, ich lass das jetzt so. 150 Jahre später kommt irgendein Gremium zusammen und sagt, Denkmalschutz und das Ding kann nie wieder abgerissen werden. Und genauso ist es mit olympischem Gehen. Wisst ihr, wo ich gut wäre? Olympisches Gähnen. Keiner Bortspaß. Ich muss auch erst wieder reinkommen, Chad, ich bin auch, ich muss auch erst wieder reinkommen in den Entertainment-Modus.